Herzlich Willkommen zurück auf unserem Kanal. Fladdy ist natürlich dabei. Kajo auch. Heute ist Silvester-Folge. Wir zeigen euch, was man am besten am ersten essen kann. Wir dachten so, ja werden wahrscheinlich am ersten, am zweiten alle so leicht verkatert auf der Couch liegen oder im Bett so und da werden sich viele fragen, was soll ich heute zu essen nach Hause bestellen und darum dachten wir machen einen kleinen Guide. Jeder bestellt heute zwei seiner Guilty-Pleasure-Spots. Aber wenn man halt vor allen Dingen kaputtet, auf der Couch liegt, also nicht, was man so alltäglich unbedingt kann. Das kann auch was sein, was man vielleicht sonst nicht bestellen würde. Genau, ein Guilty-Pleasure. Also irgendwas Ungesundes wird es auf jeden Fall werden. Und ich weiß nicht, was Kajo heute bestellt. Er weiß nicht, was ich heute bestelle. Ich weiß noch selber gar nicht, was ich bestelle. Wir gehen gleich mal durch und ich bestelle gleich so bei zwei so geilen Spots und Kajo auch. Und als letztes kommt noch was ganz Besonderes. Das werden wir beim besten Spot, nämlich bei unserem eigenen Laden und gucken wir, ob die Jungs auch richtig performen. So ein bisschen anzuheizen für den ersten, dass sie eine gute Qualität von bei uns bekommen. So ein bisschen in Eigenwerbung so. Klar, Goldies nach Silvester bestellen ist immer geil. Wenn die Lieferwege kurz sind, kann man das wirklich nur sehr empfehlen. Und wir checken es aus, ob man es auch wirklich empfehlen kann. Wir werden auch unter falschen Namen bestellen. Also nicht, dass ihr denkt, wir holen uns das selber in Top-Qualität und werden dann wirklich prüfen, wie das Essen hier ankommt bei uns im Büro. Wahrscheinlich über Karns Handy oder über Nachbarn. Ja genau, wir stellen über einen anderen Account. Und? Also ich will unbedingt was vom Chinesen. Boah, geil. Hätte ich ja auch was dann. Gut, dass ich schon drei, vier im Kopf hatte, weil dann kann ich Chinesen erstmal bei mir weglassen. Ja. Also normalerweise bestelle ich immer bei Laoxiang, weil ich hier im Friedrichshain wohne oder ab und zu auch bei Ming-Dynastie. Aber Laoxiang ist schon so meine Base. Mein Lieblingsliefer-Chinese ist irgendwie nicht da gerade. Boah, soll ich vielleicht hier bestellen? Ja. Oder Peking-Ente? Bestell da. Ja? Das hört sich gut an, ja. Aber dann bestelle ich so, wie ich bestellen würde, ja? Ja, ja, klar. Läuft ja über Karns Account. So, also dann nehmen wir uns auf jeden Fall Rindfleisch und Rinderinnereien. Ja. Nehme ich immer dazu. Dann liebe ich diese gewürzte Tofu. Ja. Den gewürzt Tofu. Ein paar Gurken, um was Freshes zu haben. Auf jeden Fall dieses Hühnchen mit Knochen. Hühnchen mit Knochen und Chili, ja. Dann Fried Rice als Beilage. Ganz wichtig. Dann nehme ich noch ein bisschen Süß-Sauersauce dazu. Ja. Und die Cola darfst du nicht vergessen, ne? Ja, die Cola darf ich nicht vergessen. Genau. Aber eine Zero diesmal. Jetzt schon nicht ungesund genug ist. Ja. Und ein zweites Gericht. Möchtest du eher nach Bauernart in Soße oder soll ich lieber... Aber ich finde es verkatert immer ganz geil in Bauernart. Ja? Nein, weil du so eine Brühe... Oder so doppelt gebacken im Schweinebauch mit Chili. Puh. Scharf. Also ich finde es immer verkatert mit Brühe immer geil, weil man sich wirklich besser fühlt. Ja, machen wir es noch. Aber ich muss sagen, wenn ich verkatert, dann feiere ich halt alles, was ich mache. Ich liebe Rindfleisch nach Bauernart, ja? Ja. Oh, das ist aber jetzt eine für 70 Euro... Ja, aber passt, oder? Ja. Okay. Also, es gibt jetzt Rindfleisch und Rinderinnereien als Salat, Gewürz-Tofu, Gurkensalat, Hähnchen mit Knochen und Chili, Eierreis als Beilage, Süß-Sauersauce... Eierreis oder... Und Rindfleisch nach Bauernart. Ja, haben wir morgen wenigstens noch was zum Mittagessen. Eine kleine Portion. Ja, aber das kann man, glaube ich, alles gut machen. Okay. Ja. Also, wir haben heute auch so ein paar Klassiker aus der Sichuan-Küche und ich sagte, das ist mein absolutes Lieblingsessen, wenn ich verkatert zu Hause bin. Grundsätzlich ist es mein allerlieblingsbestellessen chinesisch. Gehen wir auch so gerne essen, ne? Ja. Wie Anthony Boudain in einem Interview sagt, als er auf der Straße in New York gefragt wird, was er gegen Kater tut, dann sagt er, I smoke a joint, order some spicy Sichuan-Food and a Coke. Genau das bis auf den Joint haben wir heute gemacht. Dieses La-Ci-Jeh-Hühnchen mit den getrockneten Chilis und Sichuan-Pfefferkörnern. Wir haben jetzt da keine Stäbchen. Sogar noch authentisch mit Knochen. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsgerichte der Sichuan-Küche. Plus Rindfleisch nach Bauernart oder gepuschiertes Rindfleisch mit viel Knoblauch, auch in so einer Chili und Dubanjang-Sud. Ein kleines Side-Fried-Rice, Gurken, Gewürz-Tofu mariniert und Rinderinnereien und Rindfleisch auch als Salat. Ich bestelle auch tatsächlich, wenn ich jetzt alleine wäre zu Hause, hätte ich mir auch so viel bestellt. Einfach nur, um zu probieren, wenn mir ein Ding zu langweilig wäre. Und dann esse ich so oft noch am zweiten Tag weiter. Ja, man, guten Appetit. Guten Appetit. Ich nehme doch mal hier. Das ist geil. Ja, das haben wir auch in New York gegessen, Darci-Gel. Ja, finde ich immer sehr geil. Das hat auch eine angenehme Schärfe. Und hier machen sie es vor allem richtig, nicht aus Hühnerbrust. Und dann wirklich aus Kollenfleisch und sogar noch mit Knochen, was ich so geil finde. Ja. Ich liebe auch einfach mal diese drei Salate. Und immer was Frisches, Tofu und dann den Innereinsalat. Einfach mein Shit. Ohne Stäbchen, das ist irgendwie komisch. Ja, ohne Stäbchen macht es irgendwie nicht so viel Spaß, muss ich sagen. Oh, der Gurkensalat ist auch richtig gut. China City ist nicht schlecht, oder? Ja, was ich bis jetzt probiert habe. Die bedienen übrigens mit Robotern dort. Das ist ganz krass. Ja. Ich finde es auch ein geiles Lieferessen, weil du kannst es halt die ganze Zeit essen einfach. Der Tofu-Salat könnte ein bisschen mehr angemacht sein, aber trotzdem. Ja, könnte ein bisschen mehr Power haben, ne? Magst immer noch, wenn es ein bisschen feiner geschnitten ist, aber geil. Ja, ich auch. Aber ist lecker. Der Pansen auch. Ist auch gut. Ist nicht für jedermann. Das ist natürlich nichts für Vegetarier, aber beim Chinesen kann man immer sehr gut vegetarisch auch essen. Ja, da freue ich mich mit der Meißmaschine. Der sieht nämlich richtig gut aus. Nehmen wir was noch von den Gurken. Boah. Die Gurken sind richtig gut angemacht. Ja, finde ich auch. Und? Mhm. Mhm. Und auch alles super heiß. Obwohl es hier kurz schon stand, der ist geil. Das Hühnchen ist noch kross und boah. Das mit dem Gurken ist richtig gut, Mann. Schmeckt nämlich auch nicht überall immer so gut. Super. Ist auch so ein bisschen dicker. Die Soße ist ein bisschen dicker. Also das würde ich am ersten so feiern. Ja, oder? Mhm. Burken, Chicken, das Rind. Mein absoluter Highlight von denen. Mhm. Meins auch. Und der Fried Rice. Ist sehr gut. Können nämlich auch nicht alle so schön getoastet machen. Ich gebe zu, ich habe schon einmal bei China City bestellt. Aber nur so, weil ich Bock hatte auf Hühnchen süß-sauer. Also, das schmecken wir am besten. Ja? Ja. Ich finde das auch, glaube ich, frisch richtig gut. Ja, das Chicken ist immer geil einfach. Aber das ist grad so. Ja. Wir haben ja auch noch so viel Chicken heute vor uns. Das Fleisch ist super zart. Knummel auch. Der Aroma ist wirklich sehr gut. Es ist so ein bisschen abgebunden. Es gibt es auch einen flüssiger. Zum Liefern gar nicht so schlecht. Mhm. Normalerweise ist dieses pochierte Rindfleisch ja so gedacht, weil da wird ja oft noch so heißes Öl drauf gegossen. Mit dem Knoblauch. Genau. Und da ist ja sehr viel Öl drauf. Und normalerweise ist das so gedacht, man kriegt dazu noch so einen Sieblöffel. Man isst eigentlich dieses Öl und alles gar nicht mit. Ja, wir essen es immer mit. Man fischt sich eigentlich immer nur das Fleisch und das Gemüse raus und zieht es durch diesen Sud und der Ölfilm ist drauf und der Geschmack drauf bleibt. Da fühle ich mich danach irgendwie geiler als nach so Burgern und so, finde ich persönlich irgendwie auch. Ja. Würde man halt schon sagen, wenn man auch so ein Junkfood sich bestellt, man fühlt sich ja im Nachhinein nicht besser. Aber da fühlt man sich gut. Das ist ein gutes Wohltuessen. Du hast trotzdem so diese perversen Komponenten, sowas Knuspriges und sowas sehr Juicyes. Genau. Ja, aber es ist schon eigentlich die geilste Bestellung für mein Paar Kater Schnees, finde ich. Finde ich auch fast, ja. Ja. Okay. Geil. Ich muss sagen, ich gehe ganz pervers auf Chicken. Ja, sehr gut. Und ich muss sagen, da werden bestimmt einige gleich haten und sagen, es gibt bessere oder sonst irgendwas. Aber ich bestelle gerne bei RZA. Echt? Da wollte ich gerade fragen, es gibt ja zwei Sachen. Fried Chicken, entweder KFC, RZA. Ja. Bei mir liefert KFC nicht, wo ich wohne. Und darum soll es ja so ein bisschen sein. KFC wäre auch geil. Also bei mir ist das Problem. Ich bin unsicher, aber ich bleibe bei meiner Entscheidung, bevor du dich hier unterbrichst. Sorry. Also ich finde RZA kommt bei mir in Friedrichshain immer kalt an. Nee, bei mir ist das halt direkt daneben. Ja, finde ich nämlich auch, unser Büro ist ja auch in Kreuzberg. Und KFC ist bei mir vom Alexanderplatz, aber das kam letztens bei mir nicht gut an. Das Hähnchen, wenn es geil gemacht ist, ist es gut. Ja, okay, aber was bestellst du immer? Das aufgeklappte Hähnchen und dann Chili Wings, Chili Wings. Ich wollte es gerade erzählen, aber du kannst gerne die Bestellung auch machen. Du kannst auch vier Bestellungen Vladi machen lassen. Nein, 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 okay, sorry. Also was ich immer bestelle, sind auf jeden Fall Chili Wings. Auch ich nehme jetzt nur sechs Stück, weil es sonst zu krass wird einfach. Dann nehme ich immer ein aufgeklapptes Chicken. Ja, aufgeklapptes Chicken immer. Aber kommt noch das als aufgeklapptes? Weil die haben jetzt diesen Einladen, wo die das normale... Ja, aber die haben daneben den Holzkohle wegen der Genehmigung, hatten die uns doch letztens erzählt. Ja, aber ich habe einmal bei dem bestellt und es kam so ein ganz normales Rotisseriehühnchen. Werden wir gleich sehen. Ja, okay. Ich nehme aber nur ein halbes, weil damit es hier nicht... Ein paar Pommes müssen schon sein, oder? Jetzt mal ganz ruhig hier, alter Kollege, alter der Typ. Und Maiskolben. Also... Oh, Yalla Burger. Jetzt erst mal. Reis hast du ja gerade bestellt. Ein bisschen müssen wir gucken. Also auf jeden Fall ein Krautsalat immer. Ja. Damit man auch, wie du gesagt hast, ein bisschen was freshers. Maiskolben bestelle ich jetzt dir zuliebe, wenn ich ehrlich bin. Saure Gurken müssen für mich immer dabei sein beim Chicken, damit du einfach immer was freches hast. Dann auf jeden Fall Humus. Großer Knoblauch. Ja. Humus muss immer dabei sein. Großer Knoblauch natürlich. Hast du großen, ja? Ja. Und immer so zwei, drei Chilis. Also, ihr seht hier, wer hier am liebsten immer bestellt. Auf jeden Fall viermal scharfe Soße. Getränke haben wir ja alles. Hier mache ich noch ein Tropfen, ein Eirander, zwei Eirander zu. Ja. So, und jetzt... Also, ich würde ja noch einen Yalla Burger. Den nehme ich ihr ja immer noch dazu. Aber du entscheidest. Nein. Wir sind ein Team, ne? Aber mit Käse. Und wir sehen uns bald drei Wochen. Yalla Burger mit M mit Käse. Und darum nehme ich natürlich einen Yalla Burger mit Käse. Das ist ein Jalapeño Chicken Burger mit Käse, ja. Der ist so richtig so ein bisschen so... Hat so KFC und so ein bisschen Burger King Vibes vom Brot. Aber irgendwie ist der richtig geil, muss ich sagen. So... Ich finde die... Und Apfel zu ver-Chicken-Nuggets? Ja, muss ich sagen. Finde ich auch gerne. Nehme ich auch immer wieder dazu. Aber ich muss halt sagen, sonst ist das gleich zu krass alles. So, ich würde das jetzt machen. Ich liefer nicht immer ganz so gerne Pommes, weil die mir zu pappig wären. Hast du recht. Weißt du aber, welche gut zum Liefern sind bei denen? Ich finde... Curly Fries gehen immer klar zum Liefern. Aber die haben keine nicht, ja. Aber die Potato Wedges sind nicht schlecht. Zum Liefern zumindest. Okay. Aber muss nicht sein. Wie gesagt, ihr könnt euch die Potato Wedges noch bestellen. Aber ich bin jetzt erstmal bei... Chili Wings haben wir jetzt. Ein halbes Hähnchen. Sonst würde ich auch ein ganzes nehmen. Krautsalat. Maiskolben für Vladi natürlich. Hummus. Großer Knoblauch. Viermal scharfer Dip. Ayran. Jaller Burger. Und saure Gurken brauche ich immer so zum Chicken, wenn man dann so vorm Fernseher ist und immer wieder anfängt zu snacken. Darum nehme ich auch immer ein paar mehr Chili Wings oder noch Nuggets, weil auch wenn die so ein bisschen kalt werden. Das ist dann auch okay. Wenn man so vorm Fernseher liegt, ist das voll in Ordnung. Aber wenn man Nuggets nimmt, nimmt man auch noch eine Süß-Sauersauce dazu. Ah, kann man die vom Chinesen dann nehmen. Ja, genau. Ja, ja, okay. Okay, Alter. Okay. Du bist unterwegs. Das ist das Geile auch bei RZA. Es geht immer schnell. Es sind jetzt gerade mal 25 bis 30 Minuten. Also es geht schon klar. Krass. Okay, Alter. Was hast du uns da vorhin gewusst? Fried Chicken, Alter. Mach schon mal was auf. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist krass, wa? Die müssen inzwischen eine Produktion haben, wo die das komplett... Ja. Warum ist das nicht schlecht? Naja. Was wir haben, wisst ihr ja schon von der Bestellung. Ein halbes Hähnchen. Aber es ist nicht mehr das aufgeklappte, ne? Wie früher. Das ist ein normales Rotterissirinchen. Was eigentlich immer RZA relativ besonders gemacht hat, muss ich sagen. Was ich mit am geilsten finde, sind die Chili Wings. Die sehen auch sehr gut aus, finde ich. Und natürlich für dich den Maiskolben, Hummus, den Yala Burger. Und ich würde sagen, Eiran darf nicht fehlen. Krautsalat, Gürtchen. Und es geht los. Der Krautsalat sieht sehr gut aus. Der Krautsalat ist bei RZA immer sehr geil, ne? Wenn man da gut bestellt, fühlt man sich auch nicht zu dreckig, finde ich. Und ich probiere jetzt mal als erstes mal den Yala Burger. Der ist mit Filet-Bytes, Jalapeños. Ich habe sogar extra Jalapeños noch gemacht. Echt? Der Krautsalat ist echt gut. Ist jetzt so ein geiler, fast-foodiger Burger, finde ich. Das ist jetzt schon Ghetto, aber einfach so geil. Sehr Ghetto, ne? Muss man mal sagen. Ja, aber so geil, man. Also wirklich, so tausendmal geiler als von KFC. Obwohl, ich muss sagen, ich finde die Burger bei KFC nicht schlecht. Ja, ich finde die Soßen auch immer so sauer, komisch. Aber... Ja, ich muss sagen, er ist sehr simpel, sehr Ghetto-mäßig. Ich müsste davon keinen Ganzen essen. Ne? Ich esse meistens den Ganzen. Manuspriges Hähnchen ist doch eher einer der geilsten Sachen. Ja, oder? Und die Panade sieht einfach echt immer gut aus, muss ich sagen. Sie ist richtig schön aufgepufft, auch noch mehr bei uns. Ja, und was ist der Pro-Move damit? Erst den Chili, dann den Thum. Ja, Mann. Finde ich auch. Oder umgekehrt. So, Thum, Knoblauch und dann Chili. Und die haben von sich aus schon so eine angenehme Schärfe. Mhm. Boah. Die Kombi ist einfach so heftig, finde ich. Mit dem Chili und dem Knoblauch. Dafür geht man irgendwie zu riesig. Ja, ich auf jeden Fall. Ich auch. Die sind ja umgezogen. Und in dem einen Laden haben die halt Rotisserie-Hühnchen. Das ist halt eher ein bisschen... Weil sie die... Weil das Amt das offene Feuerwerk genommen hat, ne? Mhm. Aber in dem anderen dürfen die das schon machen. Mhm. Ja, Killer. Ich krieg die Gurken nur nicht aus. Und der Hummus? Ja, ist okay. Ja? Für 2,10? Was soll man sagen? Oder? Ja. Mein Liebling der Mais. Der ist meistens ein bisschen ausgelaugt. Aber ich esse den trotzdem sau gerne immer. Ich muss sagen, ich finde den Hummus in Ordnung. Also... Ja. So. Dann gibt's hier noch so einen Maiskolben. Und der ist auch der Pro-Move. Ein bisschen vom Knoblauch zu nehmen. Und ein bisschen Chili-Paste. Und ein bisschen Chili-Paste. Und dann hat man auch so eine krasse Kombi. Und darum bestell ich immer den Mais dazu. Das ist ähnlich wie mit Butter, wa? Und Chipotle Chili. Boah. Ich finde, die Chili Wings von KFC kommen nicht ansatzweise daran. Ich finde die auch nicht mal schlechter als bei Popeyes oder so. In Amerika. Chili Wings sind die besten bei dir. Das Chicken ist noch saftig. Aber es ist halt einfach nicht so geil wie vorher bei den Krieg. Darum brauche ich da nicht so viel rumprobieren. Weil wir outen uns schon immer wieder als Risa-Fans, oder? Ja. Das ist für mich Berlin so. Risa. Also ich finde das gehört halt immer dazu. Und einfach frittültes Hinschöter, dann wird geil. Okay. Next one, oder? Ja, Mann. Ich habe sowas für mich entdeckt so. Das findet bestimmt nicht jeder geil, aber ich feiere das mega krass ab. Und das ist so für mich auch so pures Kater-Essen und so pures Guilty Pleasure-Essen, was ich normal, wenn ich versuche auf meine Figur zu achten, nicht tue. Das wissen die wenigsten, aber es gibt so von Risa, es gibt noch so einen zweiten Laden, so einen Syrer. Ja. Der heißt Shawarma Al Baik. Ah, ja. Ja, ja. Und das ist unser Lieblings-Schawarma. Aber der Shawarma muss man echt sagen, der ist der absolute Hammer. Der ist krass. Die haben nämlich so eine Art Philly Cheese Sandwich. Ah, geil, stimmt. Das hast du mir mal gezeigt. Das bestelle ich jetzt einfach einmal oder zweimal? Einmal. Einmal und dann bestelle ich einmal den Shawarma. Ja. Der Shawarma ist wirklich gut, muss ich sagen. Weil das ist so wirklich diese Kibbe und so, die Pommes auch dort. Aber wir wollen ja heute keine Pommes. Wir bestellen ja bei uns auch Pommes. Dann auch noch diese ganzen Shawarma-Fleischgerichte, die sind krass. Die haben auch noch so einen Hamburger, der ganz witzig ist. Ja. Broasted, die haben auch Fried Chicken. Aber ich, also ich bin, ich feiere diese Rindfleisch-Schawarma so krass. Ich wusste gar nicht, was die liefern. Der ist nämlich so angegrillt noch. Und da sind nur Tomaten, Zwiebeln und Petersilie und Tahina oder so drin. Und dann haben die noch Crispy. Muss ich mir mal einspeichern. Ich bestelle nochmal, weil das ist das, was er auch empfiehlt uns, der Chef manchmal, das Fajita. Aber mein Go-To ist auf jeden Fall das Philadelphia. Weil die haben da so softe Bread Rolls. Das schmeckt so richtig wie ein Amerikaner. Und ich muss ehrlich sagen, für mich ist das das geilste für die Cheese Sandwich der Stadt oder so. Das, was so am authentischsten irgendwie ist. Da ist nicht noch irgendwie komische grüne Paprika und irgendwie so ein tausend Gemüse drauf. Sondern einfach nur Käse, Rindfleisch, ein bisschen Mayo, glaube ich. Das war's so. Ja, das war's eigentlich schon. Na dann guck nicht zu lang, sonst bestellst du gleich nochmal. Ja, ich überleg noch, ob ich noch ein Ei, oder hast du zwei Ei ran bestellt? Ja, ja klar. Bestell doch nochmal zwei. Ja, dann bestell ich mir nochmal zwei. So. Okay. Und das ist meine Bestellung dort immer. Normalerweise bestell ich dort auch dann so Pommes noch dazu und dann überkommt's mich und dann bestell ich auch noch ein Fried Chicken dazu. Am Ende komm ich auch wieder auf eine Rechnung für 50 Euro, aber da wird man richtig satt so. Das ist jetzt so richtig American Style, aber auf syrisch. Einmal so eine richtig geilen, einer meiner Lieblingsschawarma. Der muss man wirklich sagen. Ja. Es lohnt sich da vor allen Dingen auch hinzugeben. Und dann haben wir, ja genau. Weil es ist einfach geil. Dann haben wir einmal Philadelphia und einmal Faita. Und wir fangen aber an mit Philadelphia, weil das ist meine Entdeckung vom, meine Entdeckung des letzten oder vorletzten Jahres. Das ist für mich wie der authentischste Philly Cheese Sandwich der Stadt. Kannst du euch mal zeigen, das ist noch so richtig eingerollt. Guckt euch mal diese super softe Bread Roll an. Ja. Wie weich das so matschig alles ist. Ja, ja. Und man sieht hier auch, wie alles sich miteinander verbunden hat. Das ist eine geile Größe. Ja. Das Brot, wie du sagst, ist einfach so geil. Das ist super schön weich, ne? Es wirkt so ein bisschen wie so Subway Brot. Winzig. Ich habe auch gerade dran gedacht. Ja, da werde ich gerade richtig satt, aber es ist so pervers, geil. Ja. Kann man einfach nix kriegen sagen. Es ist so richtig nett. Ja, es ist so richtig nett mit dem Käse. Das Fleisch ist auch echt nicht schlecht und die Paprika ist einfach lecker. Ja, saftig so. Und hier haben wir einmal, wir teilen uns glaube ich ein halbes einfach jetzt. Hier haben wir einmal Fajita. Das hat uns der Chef empfohlen, dass wir das unbedingt nehmen sollen. Ich habe immer nur das Philadelphia genommen, aber das Fajita, das ist mit Hühnchen und diese Fajita Pfanne. Auch sehr schön. Sehr lecker. Ich feiere halt das Brot so krass, muss ich sagen. Weil es halt wirklich wie so ein Sandwich ist. Es ist so richtig, es schmiedet sich so um alles rum, so ist geil. Also wenn ich hier ein Fili-Cheese-Sandwich machen würde, würde ich glaube ich auch so ein Brot nehmen. Und nicht so ein Baguette, wo man sich die Zähne ausbeißt. Oder den Gaumen aufschneidet. Finde ich auch geil. Muss ich auch sagen. Okay. Das ist einfach noch perverser. Und jetzt in meinen Augen, das bestelle ich mir gar nicht immer dazu, weil das schmeckt schon besser, wenn man zu frisch ist. Das wollten wir euch schon zeigen, wa? Aber das muss ich sagen, Albaik. Unsere Empfehlung. Der ist noch so angegrillt. Hier sieht man doch diese Grillstreifen, das wird sogar so offen im Feuer noch gegrillt. Rindfleisch, Tomate, Zwiebel, Petersilie und Tahina, glaube ich. Das riecht auch Dreck, ne? Mhm. Es riecht richtig gegrillt. Es riecht so richtig geräuchert. Und ich habe oft immer das Gefühl, wenn das Zimt oder so. Das ist so gewürzig. Ich finde es einfach Hammer. Meiner Meinung nach der beste Shawarma der Stadt. Einer der drei Besten auf jeden Fall. Das ist jetzt mal eine Aussage. Mhm. Ja. Boah. Was soll ich dazu sagen? Das ist einfach mega geil. Das ist auf jeden Fall auch krasses Kateressen. Und? Man muss sagen, bei dem ist es auch beim Liefern nicht schlecht. Ja. Alles ist gut zum Liefern. Wir haben es jetzt ein bisschen stehen lassen. Alles, was wir bis jetzt bestellt haben, finde ich, ist gut zum Liefern. Bis auf die Pommes. Aber die gehen ja auch klar, wenn man die nicht so lange dauert. Ich bestelle uns eine Pizza. Okay. Manchmal ist es mir, wenn ich verkatert bin, fast zu viel Teig. Ja. Aber ich finde es immer geil, eine Pizza. Ich muss sagen, das geht immer. Es geht schnell. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn sie etwas kühler ist. Es ist nicht so der Qualitätsunterschied. Ich bestelle ja auch gerne Sushi. Ja. Aber es ist immer so dieses Standard-Sushi. Das kann ich nicht mehr so wirklich essen. Alleine bestelle ich selten Sushi. Ja. Aber mit jemandem zusammen oft. Und ich muss sagen, ich war letztes Mal ... Aber was machst du bei Pizza? Immer neapolitanische? Meistens würde ich gerne nicht nippeln. Aber es ist bei mir im Umkreis tierisch schwer, eine zu bekommen, die nicht neapolitanische haben. Magic Johns liefert ordentlich, ne? Nein, liefert nicht. Okay. Und ich war letztes Mal begeistert von Standard. Ich wusste gar nicht, dass die ... Mh, die haben neuen Laden. Ja, in Kreuzberg. Und ich habe letztes Mal geliefert nach Hause. Boah, da hat die eine ganze Pizza gesehen. Und ich war richtig begeistert, in welcher Qualität es ankam. Ja. Darum werde ich das jetzt auch einfach machen. Ich würde natürlich ... Aber warte, bevor du bestellst. Ich darf mich, wenn ich mich einsetzen darf. Ich habe dort letztes Mal so ne krase Pizza gesehen. Wisst ihr, wie das ist, das Leben mit ihm? Die haben eine Peperoni mit Peperoni-Salami. Ja, die wollte ich doch grad bestellen. Ja, okay. Entschuldigung. Was geil ist, was ich eigentlich mal gern probieren würde, wäre eine Calzone bei dem. Oh krass, ja. Aber ich muss sagen, wir benennen jetzt einfach die New York, New York mit Tomatensauce und Peperoni für die Leute. Boah, die klingt so gut, man. Was ist noch dabei? Und Parmigiano. Boah, die klingt richtig geil. Ich würde natürlich jetzt, wenn wir jetzt, wenn ich zu Hause wäre, vielleicht noch eine Calzone dazu bestellen, aber ... Ich auch wahrscheinlich. Leute, wir müssen das ja irgendwie auch alles essen, ne? Also ich habe bei so neapolitanischen Pizzen persönlich immer so ein bisschen Angst, dass ich von einer nicht satt werde. Das ist ja cool, Alter. Darum bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig. Okay, aber mit dem anderen Essen, was wir noch hatten. Ja, safe. Safe, ja, ja. So, dann bestelle ich die mal jetzt hier noch. Und jetzt sind das unsere vier ... Vier. Vier. Verkatert, wo man verkatert. Also manche Sachen, wenn ich, so oft bestelle ich gar nicht, muss ich sagen. Aber, also würde ich ... Im normalen Alltag würde ich auch was anderes bestellen. Mal. Jetzt muss ich ehrlich zugeben, der Karo bestellt nicht so oft Essen. Ich bestelle relativ häufig Essen, muss ich sagen. Okay, Alter. Was ist das für ein Alter? Also erstens sind die, glaube ich, neu an Kreuzberg? Mhm. Hast du überhaupt nie was? Na, weil es halt so New York-Stay ist mit den Peperoni. Peperoni-Saloni. Genau. Die ist einfach echt lecker. Ich habe sie gerade probiert. Sieht krasser aus als die von Menni-Janz, oder? Die Salami an sich selber. Ja, die Salami sieht hammer aus. Ich finde, die ganze Pizza sieht einfach so superschön aus. Sie ist jetzt schon ein bisschen kühl, weil sie kurz stand. Aber ich finde, sie sieht einfach echt in der Perfektion aus für Berliner Verhältnisse. Das ist echt geil. Guten Appetit. Guten Appetit. Sehr geil. Mhm. Die Tomate ist auch nicht zu säuerlich und so. Auf dem Oregano oben so. Schmeckt echt ein bisschen wie New York. Mhm. Nur halt ein Appetit. Nur ein anderer Teil. Hammer. Richtig geil, Mann. Und ich muss sagen, ich finde den Teig richtig gut. Mhm. Also, richtig geile Pizza. Ich glaube, die würde ich mir auf jeden Fall bald nochmal beschätzen. Das ist meine neue Lieblingssorte. Standard war früher immer so noch luftiger, noch kleiner irgendwie gefühlt. Aber ich... Wir waren auch ein normaler Anfang da. Ja. Geil. Richtig lecker. Richtig krass. Ich beiß noch einmal ab. Mhm. Und die Peperoni ist krass. Mhm. Ist nämlich so schön rot, weißt du. Und man kann natürlich einfach auch kalt essen. Ja. Ich hab jetzt einen Kater vom Essen. Ja. Geil, Mann. Geil. Hat aber trotzdem Spaß gemacht. Gibt's Schlimmere. Aber... Jetzt könnte man öfter machen, finde ich. Ihr glaubt es nicht. Goldis war die schnellste Lieferung. Goldis kam als erstes. Aber... Direktes Getränk fehlt. Ja. Wo kommt dieser Ingwer-Taste her? Wieso war da eine Ingwer-Scheibe auf unserem Burger? Was ist das? Rettich. Ist da noch mehr? Guck mal, noch mehr. Da ist alles voll mit Rettich. Nee, Mann, Alter. Mach mich fertig. Mann, Alter, ich kann grad richtig ausrasten. Puttamara. Mh. Ich muss kurz kurz machen. Das Guacamole kriegt jetzt irgendwie ausrastet. Vielleicht das Video machen, oder? Ja, wir müssen euch was gestehen. Ihr habt das extra gemacht? Wenn ihr Lust habt, dass wir euch öfter zeigen, was man so geil ist in Berlin bestellen kann, schreibt es gerne in die Kommentare. Weil es gibt ja auch für so andere Momente, Momente gibt es ja immer noch so Momente, wann so Essen bestellen. Und es gibt ja tausend Restaurants hier. Ja, inzwischen ist ja schon eine krasse Vielfalt. Ja. Und da wir uns ganz gut auskennen. Vor allen Dingen Vladi. Ja, ich habe über 400 Bestellungen bei Volt. In einem halben Jahr. Nein, nein, nein. Das ist über zwei, drei Jahre jetzt. War also ein kleines Auswahl, was wir am erstesten verkauft haben bei uns auf der Couch, vielleicht auf unserem Couch durchsteht. Lasst euch inspirieren. Habt euren Spaß. Und ja, einen guten Start ins neue Jahr. Ja, ein gutes Start ins neue Jahr. Dieses Jahr wird richtig krank. 2024 kommt. Wir sind on the road. Es wird viel passieren. Wir werden noch nicht so viel verraten, aber es wird auf jeden Fall wieder actionreich. Und ein paar Reisen stehen wieder an. Wir verhoffen, ihr feiert Silvester schön oder habt schön gefeiert. Genau. Und ja, in dem Sinne, schönes Jahr auch. Ich kriege mich jetzt ins Bett auf die Couch und gucke jetzt einen Film, wie ich das im Kater sonst normalerweise mache. So Leute, viel Spaß mit Netflix und Süßigkeiten. Ja. 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 Ja.